ich bin dran mit mich und jetzt lasst die Finger von der was dann Fänger von der Karte das die Finger von den Karten von Felix und von der Manuela wir machen das Falsch ne? ja wir machen Sechse wir sind hier Masten wir sind Masten wir kommen aus dem Osten wir brauchen nur Sech ich wünsche mir Blau übrigens Blau kannst du auch ja krieg's aber ne wenn wir mal Maus spielen würden da würde er bei 7 2 ziehen wir spielen aber kein Maumau ich weiß wir spielen Udo und ich wünsche mir Gelb Mann das ist ja wie ne 2 Zielkarte das ist ja wie ne 2 Zielkarte kannst du? ne anscheinend nicht bist dran? ne mehr nix ja Patrick ah fuck rot bitte das kann ich das kann ich ja da freut es sich wieder ja da hat die linke Hand gleich wieder was zu tun was sich so freut ne mit der linke Hand muss ich ja immerhin erfreuen das stimmt Philipp hast du dran? ja eine Scheiße die ist gut die ist gut für Joe ja überhaupt das ist ja das ist ja das ist ja Euro Undo Philipp hast du nen Richtungswechsel? ja welche Farbe hat denn der? blau ey kein Teamplayer hier Verzeihung. Ich bin schon grün. Alter, was? Sind dich schon hier? Es ist doch kein Teamplay. Ich hab dir mal Auskunft gegeben. Hallo? Ich hab genießt. Ja, wenn mich jemand was fragt. Was hast du dir gewünscht? Grün, ne? Was hast du dir gewünscht? Grün hat er sich gewünscht. Grün? Ich bin grün, ja. Ich hab kein grün. Ich hab ne rot-grün Schwäche, ich leg mal grün. Echt, du hast ne rot-grün Schwäche? Nö, hab ich jetzt nur so gesagt. Ich hab ihn gezogen. Du bist dran. Hast du einen Farbwechsel, Philipp? Farbwechsel? Oder Richtungswechsel? Ja. Welche Farbe? Grün. Okay. Hier, jetzt kriegt der Philipp sein Grün. Verdammt. Nö. Ich hab blind, ich hab andere Farbe. Richtungswechsel. Es ist nicht blau. Ernsthaft. Ah, nix gesagt hat er, nix gesagt hat er. Na fuck! Ja, das stimmt allerdings. Ich hab schon so gewartet. Unu? Achso. Ich will schon mal meine 1 und hinlegen, bitte. Ja, Sieger. Fuck. Unu, Unu, fertig. Du bist der gleich. Ich weiß. Irgendwann. Ja, Brennan. Ich hab nicht gesagt welche Farbe, aber rot. Ja, ich kann ja trotzdem als erziehen, oder? Ja. BAM! Verdammt. Das sind 4. Ne, 2. Du hast jetzt schon die 2 hingelegt, danach hab ich die 2 draufgelegt. Ah, hätte er klappen können. Alter, mit jedem Trick, was hier gespielt. 1. Neue fertig kommt er. 才能ste Störter holen. BadCR-B oczywiście BadCR-Betard-Songne und der erkennt das also oder Ah! 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 Ha! Aktion! Uno! Hm! Drei! Ha! Ja, Gott, das war's! Uno! Oh, verdammt! Ah, herrlich! Ah! Mh, ein schöner Spielabend! Oh, ja! Wui! Boah, ich muss erst mal wieder stehen, ich kann nicht mehr sitzen! So! Herr Schneider, was haben Sie zu diesen... Das war jetzt auch cool! Das Casten hat jetzt Karten bekommen gerade! Ja, der Casten hat Karten bekommen! Philipp? Wow, das ist auch gar nicht immer so schlechtes Blatt, was du bekommst! Ja, das finde ich auch! Nach einer Runde oder ein anderes Spielmodi oder... Genau, ein anderes Spielmodi! Genau, ein anderes Spielmodi! Genau, ein anderes Spielmodi! Was gibt's denn noch so? Ja, was gibt's denn noch so?